Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student. Wir üben jetzt das Perfekt. Übung 1, bilden Sie das Perfekt. Nummer 1, wir tanzen auf der Party den ganzen Abend. Lösung, wir haben den ganzen Abend auf der Party getanzt. Nummer 2, wer reitet so spät durch Nacht und Wind. Lösung, wer ist so spät durch Nacht und Wind geritten. Das ist also aus Goethes Erdkönig. Wesenswert. Nummer 3, so will ich das nicht. Lösung, so habe ich das nicht gewollt. Nummer 4, diese Drecksarbeit will er nicht machen. Niemand. Lösung, diese Drecksarbeit hat er nicht machen wollen. Dankeschön. Dankeschön. �